Ich glaube, das ist ein Unfallwagen. Ja, dann müssen wir nochmal machen, Licht ist ausgegangen. Willkommen zu einem neuen Coo-Check. Ja, es geht aber nicht um das Fahrzeug, dem ich jetzt hier mit meinem Klemmbrett und natürlich meinen Fühlerlehren zur Leibe rücke, sondern um das Fahrzeug. Ja, was haben wir denn hier? Den Dacia Spring Electric. Das ist eines der günstigsten Elektroautos, die es derzeit auf dem deutschen Markt für Geld zu haben gibt und den gucke ich mir jetzt mal ganz genau an. Dabei gehe ich nicht nur auf das typische Thema Spaltmaße und irgendwelche Verbauthemen ein, sondern ich möchte auch einen kleinen Einblick geben auf, ich sag mal, Haptik und die Dinge, die ihr vielleicht an diesem Fahrzeug nicht finden wird, obwohl man sie eher erwarten wird. Ja, normalerweise kennt ihr das. Ich fange hier vorne beim Fahrzeug an, gehe einmal rum, gehe nochmal rum mit offenen Klappen. Das können wir uns jetzt ersparen. Das habe ich getan. Ich zeige euch einfach die Punkte, die ich gefunden habe und da geht es nämlich dann hier vorne in diesem Bereich gleich los und das zeige ich euch jetzt zum Beispiel. Der Dacia Spring ist ja so vermeintlich ein SUV. Dadurch hat er diese Kotflügelverbreiterung, wir nennen das auch Kledding und das Kledding, das liegt zum Beispiel in manchen Bereichen nicht gut an. Hier im unteren Bereich gibt es einen Punkt, da sammelt sich jetzt schon etwas hinter, in diesem Falle so das trockene Blätter. So, und da unten sieht man jetzt, dass da schon irgendein altes verwecktes Blatt drin ist. So, den nächsten Punkt, den wir haben, der ist hier im Bereich der B-Säule und man hat ja hier diese ganze Gummidichtung und die sieht einfach in diesem Bereich nicht schön verbaut aus. Da steht sie über, da steht sie unter und auf der anderen Seite hier geht sie dann auch weg und so weiter. Das ist einfach so in Summe nicht schön anzusehen. Auch hier habe ich eine Kategorie 1 verteilt, 3 verteilt natürlich. Ja, wo wir gerade hier sind im Bereich des ganzen Fahrzeuges. Dacia ist bekannt für günstige Qualität. Da machen sie keinen Hehl draus und das sieht man leider auch an ganz normalen Themen. Ich habe es einfach mal aufgenommen als eine Kategorie 1, 3, ich sage immer 1, sorry, 3, weil hier oben sind Schweißpunkte sichtbar. Das heißt, ihr seht hier überall, wo die Seitenhälfte mit dem Dach verbunden wurde und dann gibt es hier immer so kleine Eindrücke. Andere Fahrzeughersteller legen dort eine Leiste drüber, sodass das nicht sichtbar ist. Bei Dacia verzichtet man in diesem Fall drauf, spart Geld. Wo auch Geld gespart wurde, das ist dann zum Beispiel auch im Bereich des Heckstoßfängers. Man kann hier zum Beispiel an der Seite reingucken und sieht ganz deutlich, dass es nicht sauber entgratet ist. Und auch hier unter der Rückleuchte ist hier deutlichen Grad zu erkennen. Ja, das sind jetzt Kleinigkeiten, aber das gehört für mich auch zu einem Gesamtbild dazu, dass das einfach nicht schön aussieht. So, wo wir schon mal hier hinten sind, ihr kennt das, der schuppige Aufbau von vorne nach hinten, wo die Tür dann über dem Seitenteil liegen sollte. Das ist hier nicht der Fall. Wir haben hier einen Unterstand von circa 1 Millimeter. Das heißt, die Tür liegt unter dem Seitenteil. Hier wird Windgeräusche in diesem Bereich entstehen und es könnte auch zum Schmutz kommen und so weiter. Ja, und wo wir jetzt gerade bei Übergängen waren, da habe ich hier tatsächlich auch jetzt einen weiteren FK2er und der ist wirklich schon groß. Wir sprechen hier über 3 Millimeter Abweichung. Was meine ich? Der Übergang von der Rückwandtür in den hinteren Stoßfänger hier an dieser Stelle. Man könnte fast denken, das ist so gewollt, aber wenn man jetzt zum Beispiel den Stoßfänger einfach mal so ein bisschen rein drückt, sieht man, dass es auch anders geht. Wir haben hier noch einen weiteren Punkt. Unten die Chromleiste, hier steht auch nach außen hin und ab. Das könnte auch heißen, dass die ganze Rückwandtür so ein bisschen zu sehr nach innen gewölbt ist, haben aber gleichzeitig auch hier unterhalb der Rückleuchte eine Bankbildung, wo man von oben auf eine Kante drauf gucken kann. Wenn ich jetzt hier rein drücke, ist die Bank weg und dann haben wir hier schon fast einen sauberen Übergang. Der Rest kommt aus der Rückwandtür, also hier kommen mehrere Fehler zueinander, die in Summe eben diese Fehlerkategorie 2 ergibt. Ist das ein Unfallwagen? Ich glaube, das ist ein Unfallwagen. So, und was man jetzt hier gut sieht, das ist es auf der anderen Seite genau der gleiche Fall. Man erkennt aber hier, dass die Rückwandtür noch deutlich nach innen reingeht und wenn ich auch hier drücke, habe ich fast einen schönen, plane Übergang, aber der Spaltverlauf von hier an der Stelle zeigt, dass sie richtig sich nach innen rein biegt. So, beim nächsten Thema habe ich mir aufgeschrieben, das Frontgummi bei der Vordertür links. Und zwar, das sieht man, hinter der geschlossenen Scheibe läuft oben ein Gummi genau in der Ecke lang und das taucht so ein bisschen am Ende weg. Bei geöffneten Fenstern sieht man es auch noch. Das kann aber hier auch zu Undichtigkeiten führen, wenn das nicht richtig ausgeführt ist und deswegen habe ich es aufgeschrieben. So, kommen wir jetzt zum typisch deutschen Spaltmaßfetischismus. Dacia hat eigentlich bei jedem Spaltmaß eine Abweichung von oben nach unten irgendwo mit über einem Millimeter. Ich möchte euch das hier mal zeigen. Zum Beispiel haben wir hier oben 2,5 Millimeter. Nach unten sind wir hier bei 4 Millimeter. Von dem Spalt zu dem Spalt 2,5 fangen wir hier schon bei 4,5 an. Aber lasst uns mal eben auf die andere Seite gehen. Da ist das Licht besser. Dann zeige ich euch mal genau, wie sich das Ganze auswirkt, weil das ist nicht immer sofort ersichtlich. Wir haben hier auch einen Spaltverlauf. Oben 3 Millimeter. Das ist hier 3 Millimeter im oberen Bereich hier, wo ich gut reinkomme mit der Fühlerlehre. Und im unteren Bereich haben wir dann 4,5 Millimeter. Das heißt, wenn ich von dem Spaltverlauf jetzt runter gehe, lande ich hier unten bei 4,5 Millimeter, mit dem ich hier easy unten rein komme. Also über eineinhalb Millimeter Abweichung von oben nach unten. Und abschließend lassen wir uns jetzt noch mal eben die Front angucken. Also wir fangen an. Der Dutchia Spring, das ist auch jetzt wirklich nur eine Vermutung, ist glaube ich recht dünn lackiert. Das heißt, überall findet ihr so großflächige Aufkleber. Der geht wirklich da, wo ich jetzt meinen Finger lang zeige, drauf und soll den Lack schützen. Wenn man den nicht sauber aufklebt, hat man hier zum Beispiel kleine Luftblasen drin, bei einem Neuwagen. Das sieht man auf der Kamera leider sehr, sehr schlecht. Wenn er dann auch noch nicht sauber aufgeklebt ist, kann man dann aber auch noch haben, dass er dann unten auch mal übersteht. Und so eine Klebefläche im unteren Bereich hier, die sammelt sofort Dreck an. Die wird sich dann hier auch irgendwann lösen und dann sieht es einfach unschön aus. So und dann kommen wir hier mit meiner ganz dünnen Fühlerlehre nochmal auf den Punkt Stoßfänger zu Kotflügel. Wenn der nämlich hier anliegt, dann kann es dazu führen, dass durch die Kante hier Rost am Kotflügel entsteht. Ihr habt gerade gesehen, ich kann den richtig gut durchziehen. Das passt. Auf der anderen Seite ist es aber tatsächlich so, er liegt hier vorne nicht an. Also ich kann ihn so durchziehen und ab hier bleibt er sogar hängen. Also das klemmt absolut. Ich kriege hier oben gar nichts ran und gerade bei dem dünnen Lack des Dachers kann das ziemlich schnell für Rost sorgen. So viel jetzt zu den Themen, Ausnahme am Auto. Wir haben jetzt natürlich dann die ganzen Klappen und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin begeistert davon. Im Prinzip haben wir hier wirklich keine Sachen, wo ich zum Beispiel sage, da ist die Naht unsauber ausgeführt. Wir haben keine PVC-Blasen. Ganz viel mit dem Roboter gemacht. Top-Qualität, muss ich ehrlich sagen. Was ich zum Beispiel hier gefunden habe, ist dann eher das Türgummi im unteren Bereich. Das ist kein durchgängiges Türgummi, sondern das ist geteilt und da ist es hier im unteren Bereich einfach nicht sauber verlegt. Das ist übereinander. Der Stoß, der ist deutlich zu erkennen und wenn da auch gerade immer jemand einsteigt, dann wird es dann irgendwann sich vielleicht auch lösen. So, auch im Bereich der Heckklappe. Absolut sauber hier. Aber wo nichts ist, kann natürlich auch nichts sein. Das Einzige, was ich wirklich hier gefunden habe im Bereich, also ihr seht, da ist keine Verkleidung, gar nichts. Das ist hier oben an der Kante. Das ist so ein kleiner PVC-Kocher hier. Das sieht einfach so ein bisschen unschön aus, aber das macht jetzt im Prinzip nichts aus. Das ist einfach ein optisches Thema. So, und der nächste Punkt, den haben wir im Bereich der Vordertür und das ist etwas, ich glaube, da haben die das Türdichtgummi ordentlich mit dem Hammer draufgekloppt, weil ihr habt hier eine richtige Kaltverformung. Das ist also wellig, also das kann nicht so aus dem Werk und aus der Presse kommen. Da wette ich, die haben hier mit dem Hammer schön das Gummi draufgekloppt und das ist selbst für Dacia-Verhältnisse richtig schlecht. Das war's außen. Gucken wir uns mal den Innenraum an und da haben wir einen ersten Punkt. Den seht ihr, wenn ihr hier oben mal auf das Gummi achtet, hier im Radius. Das steht hier richtig ab. Auf der anderen Seite gar nicht. Das muss eigentlich so sitzen. Ist eine Kleinigkeit, aber nicht sauber ausgeführt. Und wo wir schon hier hinten sind, haben wir hier auch gleich das zweite Thema. Ihr seht es ein bisschen auf dem hellen Dachhimmel ist hier so eine kleine Verschmutzung. Die ist hier in dem Bereich. Und darunter, dieses Genarbte ist hier auch verschmutzt. Und jetzt, guck mal, mein Finger, der ist recht sauber. Also da haben die Mitarbeiter definitiv dreckige Handschuhe getragen, als sie das verbaut haben. Muss nicht sein. So, hier im Vorderbereich habe ich für euch den Handschuhkasten. Wenn ich den jetzt hier mal öffne, dann fällt er natürlich runter, weil er nicht in irgendeiner Form gedämpft ist. Aber er hat hier so eine umlaufende, scharfkantigen Grat. Komplett um den ganzen Handschuhkasten eigentlich herum ist dieser Grat vorhanden. Und das ist etwas, da fässt man auch mal an. Und das fühlt sich dann auch bei einem Dacia nicht wirklich gut an und nicht schön an. Hat man dann auch hier im Bereich des Öffners, da kann man es auch noch ein bisschen sehen. Das kann selbst Dacia besser. Da wette ich alles drum. So, was wir jetzt noch haben, das ist hier im Bereich des Dachhimmels. Und der liegt nämlich hier im Vorderbereich zu der Scheibe. Das seht ihr hier. Der liegt überhaupt nicht an. Da könnte ich meinen Kugelschreiber reinstecken. So, seht ihr? Weg ist er. Also es scheint auch so, so liegt er an, als wenn er irgendwo auf etwas gebrochen ist hier im Bereich des Rückspiegels. Das ist also nicht schön. Das ist für mich auch definitiv für die Kategorie 2 schon, weil der ganze Spalt da drinnen, der ist so breit, da muss irgendwas oben locker sein. So, jetzt haben wir hier im Bereich der Leuchtweitenregulierung haben wir eigentlich zwei Themen. Ihr seht den Schalter hier unten und ihr seht die Markierungen. Diese Markierungen, die habe ich aufgeschrieben, die sind mit dem Edding gemacht. Die sind nicht drauf gedruckt oder so weiter. Das sind Edding-Markierungen. So, und diesen Schalter hier, da seht ihr, da ist auch so eine Markierung drauf, der lässt sich schwer drehen. Aber zur Sicherheit, ne? Könnt ihr diesen Schalter tatsächlich auch, den habe ich gefunden. Hä? Was ist das? Wieso habe ich den Schalter denn plötzlich in der Hand? Sorry. So, und der letzte Punkt, den wir jetzt hier beim Dacia haben, das ist aus Fahrersicht etwas Ärgerliches. Ich gucke im Bereich der E-Tafel die ganze Zeit auf irgendwie so einen Schaumstoff, hier genau unter der Scheibe. Da guckt man die ganze Zeit drauf und ich frage mich die ganze Zeit, gehört das so oder haben sie die E-Tafel vielleicht etwas zu tief eingebaut, sodass der Schaumstoff eigentlich da unterliegen soll und die E-Tafel, die Instrumententafel auf dem Schaumstoff. So, und jetzt eine Premiere beim Coolcheck, denn ich habe gesagt, ich möchte mich auch ein bisschen weiterentwickeln und würde jetzt ganz gerne mit euch mal über das Thema Haptik zum Beispiel sprechen oder wie irgendwelche Dinge umgesetzt sind. Haptik, das heißt, wie fühlen sich irgendwelche Oberflächen an und was hier bei dem Dacia auffällt ist, wenn man hier einsteigt, das Auto stinkt, aber es wirklich. Und normalerweise sind das Weichmacher in so einem Auto, in diesem Auto ist aber gar nichts weich. Und das möchte ich euch mal eben zeigen, das fängt zum Beispiel hier bei der Türverkleidung an. Das ist, da ist nichts hinter Schall, gar nichts. Wenn wir zum Beispiel hier in diesen Bereich gehen, Decke und so weiter, hier ist nichts hinter Schall. Die ganze Instrumententafel, hier ist nichts hinter Schall. Gar nichts hinter Schall. Nichts. Wir haben zum Beispiel auch hier im oberen Bereich hier so ein paar Bedienelemente und die Innenleuchte. Hier ist auch nichts hinter Schall in irgendeiner Form. Das ist alles günstigstes Hartplastik. Und deswegen habe ich mir überlegt, ja, was mag denn hier so riechen? Und bin der Meinung inzwischen, das sind die Sitze. Man sitzt hier, naja, ich sag mal praktisch veranlagt. Mehr ist das nicht, weil man Sitze haben muss, aber gemütlich ist was anderes. Zudem kommt dazu, der Dacia hat, ähnlich wie die Zoe, keine höhenverstellbaren Sitze, aber auch das Lenkrad ist in keinster Weise irgendwie verstellbar. Das sind so Sachen, die müsst ihr dann einfach in Kauf nehmen, wenn ihr mit so einem Fahrzeug rechnen wollt. Andere Themen, die würde ich euch jetzt auch noch mal gern zeigen, zum Beispiel. So, mal eben zum Thema Sitze. Ich bin nicht der Breiteste mit 1,75 und knapp 70 Kilo. Ich sitze aber hier schon auf den Wangen, die eigentlich zum Thema Seitenhalt sind. Sitze ich schon drauf, wenn ich hier bequem drinne sitze. Bietet überhaupt keinen Seitenhalt, in keinster Weise. Und dieses Kunstleder ist auch noch irgendwie, weiß ich auch nicht, fühlt sich nicht so toll an. Wo man immer mit rechnen muss bei einem Dacia ist, dass an manchen Ecken auch einfach gespart wird. Zum Beispiel hinter dem Gurt die B-Säulenverkleidung. Da setzt man einfach mal gar nichts hin und hat kompletten Einblick auf den Rohbau. Beim Thema Dämmung wurde komplett gespart. Das ist nicht nur hier der Fall, sondern auch, wenn ihr zum Beispiel die Türen schließt. Da ist nichts hinter, Kinder. Wirklich nicht. Überhaupt nichts. Das ist einfach nur Blech, ohne dass irgendein Schaltschutz dahinter verbaut wurde. So, hört man es auch nochmal, das ist wirklich Blech. Und bei der Rückwandtür, auch, das ist alles Blech. Hier gibt es keine Verkleidung. Der Wischermotor in diesem Bereich ist verkleidet und Rohbaulöcher, wo kein Wasser reinkommen darf, da sind dann einfach kleine Aufkleber vorgeklebt mit einem Kreuz drauf, die verhindern, dass da Wasser reinkommt. Und das Schließgeräusch, hört euch das mal eben an, das ist halt nichts. So, was ich ganz vergessen habe, der Wagen hat erst 400 Kilometer runter. Die Gepäckraumabdeckung hier hat so Abstandshalter zur Heckklappe und der ist schon komplett hier, weiß ich auch nicht was der ist, aber den kriegst du auch nicht mehr hin, der ist komplett kalt verformt. Der biegt sich auch nicht wieder richtig. So soll es aussehen, wie es hier an der Stelle aussieht. Und was nicht fehlt, kann nicht schlecht sein. Im ganzen Bereich der Heckklappe hier hinten, gibt es überhaupt keine Abdeckung. Das ist wirklich die blanke Blechkante, die ihr hier seht. Das ist nichts abgedeckt. Und auch hier unten in dem Bereich, man sieht halt komplett, wie hier geklebt und geheftet wurde, also mit Schweißpunkten geheftet wurde. Ja, so kann man halt auch Auto bauen. So, ein paar Themen aber kommen noch dazu. Zum Beispiel diese zu öffnenden, das ist halt auch, gerade im Fall eines Crashs hat man deutlich nachgewiesen, dass diese Öffnungsarten nicht die besten sind und sie wirken auch sehr, sehr labil, muss ich sagen. Dieses Schloss könnte auch an einem Lader montiert sein von 1970 bis 1980. Und im Innenraum, da gibt es so Themen, halt sämtliche Schalter, die sind halt überhaupt nicht genabt oder ähnliches. Das fällt schon auf. Übrigens ganz kurios, um hier oben den Begrenzer im Lenkrad zu aktivieren. Das Lenkrad ist übrigens gut, muss man ganz ehrlich sagen. Das fässt sich gut an tatsächlich. Es ist dick, es ist wirklich gut zu fassen. Aber um den Begrenzer hier oben im Lenkrad zu aktivieren, muss ich unten in der Mittelkonsole einen Schalter betätigen vorher. Ja, was dann noch dazu kommt, das seht ihr hier auf dem Lenkrad selber. Da sind ganz viele tote Schaltflächen, obwohl die Ausstattung jetzt hier nicht die minimalste ist. Auch das zeigt davon, das scheint irgendwie aus dem Baukasten zu sein. Und das, was nicht belegt ist, da macht man einfach Blindstecker drauf. Das kennt man bei uns noch aus dem Golf 2 zum Beispiel. So, zum Thema Haptik. Hier sieht man übrigens ganz eindeutig, wo der Beifahrer-Airbag rauskommen würde. Übrigens, bei den Gurten, Seiten-Airbags hat er nicht. Aber die Gurte, die sind höhenverstellbar. Das hat so manches Premium-Fahrzeug nicht. Und Auto holt, das hat er auch, aber mechanisch. So, kommen wir zum Fazit. Ich habe euch eben noch ein paar Sachen gezeigt. Aber wir haben natürlich auch Punkte zu verteilen und die sehen in der Tat dann so aus. 10 mal die Kategorie 2, einen Komplettausfall hat er nicht an der Stelle. Also kein Kategorie 1 Fehler. Und 11 mal die Kategorie 3 sind in Summe 61 Punkte. Aber das heißt auch, dass er besser ist als das amerikanische Standard Range Plus Modell. Was immer noch das Schlusslicht bietet. Ansonsten muss man ganz klar sagen, für wen ist so ein Dutch Air Spring geeignet? Ja, wenn überhaupt als Zweifahrzeug. Wenn ihr mich fragt, Erstfahrzeug wird das nicht werden. Und meine persönliche, also mich persönlich überzeugt, hat er nicht. Ich muss mir da noch so meine eigenen Gedanken machen, welche Daseinsberechtigung der Dutch Air Spring hat. Weil ich glaube, das hätte viel besser werden können. Und final, bevor wir jetzt hier raus sind, lasst uns mal im Unterboden gucken. Denn der Akku ist echt klein und es gibt ganz viel Platz, den zu vergrößern. So, wie ihr seht, vorne ist noch ganz viel Platz. Weil der Akku, der beginnt erst da hinten. Das heißt, theoretisch könnte man in so einem Dutch Air Spring locker, ich würde fast sagen, das doppelt an Akku unterbringen. 50 Kilowatt schon auf jeden Fall. Da verzichtet man aber natürlich zugunsten eben des Preises drauf. Aber das Auto kostet immer noch über 20.000 Euro. Und wenn ihr mich fragt, unter 20 mit Ach und Krach. Aber über 20 für einen Dutch Air auf keinen Fall, auch wenn er elektrisch ist. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!